Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich rufe an, weil ich Daniel St. Clair sprechen möchte. Anthony, du hast zu Hause angerufen. Ich... tut mir leid, ich verstehe nicht. Was soll das werden? Mein Name ist nicht Anthony. Sie ist nicht Anthony. Nein, ich... ich rufe an, weil ich Daniel St. Clair sprechen will, den Schauspieler. Wenn ich mich nicht irre, ist das Anthony Clairs... ...Name, sein Künstlername, den er für seine Filme nimmt, für... für... für seine Arbeit. Genau. Genau. Also, Daniel ist nicht da. Vielleicht kann ich ihn überreden, Sie zurückzurufen. Okay, entschuldigen Sie bitte die Störung. Was? Was? Also, ich... Wer ist da? Hallo? Wer sind Sie? Er kennt mich nicht. Nein. Ich... ich rufe nochmal an. Ich rufe... Ich rufe... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020